Hi liebe Zuschauer, in diesem Video möchte ich euch nicht die Erweiterung zu Tobago vorstellen, das folgt in einem weiteren Video, nein, es soll erst einmal um das Grundspiel Tobago gehen. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Tobago, in dem Fall Teil 1. Ich glaube im zweiten Teil zeigen wir euch das Ganze noch spielerisch und dann wisst ihr, ob das Spiel was für euch ist. Es ist erschienen bei Zoch im Jahr 2009, das gibt es immer noch im Handel und ist sehr beliebt. Es ist ein Abenteuerspiel, was auch grafisch wirklich toll aussieht und durchaus auch die Familien anspricht. Es ist ab 10 Jahre in dem Fall ausgeschrieben, wobei die Erweiterung, da steht mittlerweile 8 Jahre drauf, also hat man das wahrscheinlich im Verlauf der Zeit angepasst, weil es durchaus ein Familienspiel, auch für 8-Jährige, hier steht allerdings noch 10 Jahre drauf. Es ist für 2-4 Spieler und steht 60 Minuten drauf. Ich würde eher mal sagen, aus Grund der Erfahrung, wie wir es jetzt oft gespielt haben, 30 bis 45 Minuten Spielzeit. Wunderschön in dem Fall von Bruce Allen, erschienen bei Zoch, ist ein Abenteuerspiel und diesem Abenteuerspiel, die hebt hier Schätze. Doch ihr wisst noch nicht genau, wo ihr Schätze hebt. Ja, die Insel seht ihr und das Ganze wird auch wirklich sehr schön angezeigt, wie man das Ganze aufbaut. Es gibt eine Aufbauanleitung, wirklich sehr gut dargestellt. Da kommt ihr sofort mit klar und auf der Rückseite werden einzelne Karten noch erklärt. Auf die werde ich nachher noch eingehen, stellen auch kein größeres Problem dar. Mit Blick auf die Anleitung in dem Fall seht ihr, das Ganze ist, was die Abläufe angeht. Ja, es hat schon ein paar Details, aber den Zahn ziehe ich euch. Das heißt, ich werde euch jetzt erst einmal ein bisschen in die Abläufe ranführen und abschließend gibt es das Fazit. Die Insel habe ich schon mal aufgebaut, ganz zufällig. Das sind verschiedene Puzzle-Elemente, die baut man dann zusammen. Ich habe es jetzt aufgebaut für zwei Spieler und jeder hat seinen Jeep schon in irgendeinem Geländefeld stehen. Und wir wollen natürlich die Schätze heben. Ja, in dem Fall gibt es vier Schätze und das sind die Schatzmarke, die unseren Schützen den Schatzkreis eng einzuhalten, weil letztendlich kann nur auf einer Position am Ende ein Schatz dann liegen. Und je nachdem, was für Karten liegen, sind das Hinweismarke und die unterstützen euch. Also vier Schätze gibt es und ihr seht, wir haben schon zwei Hinweise ausgespielt in dem Fall, weil der rote und der blaue Spieler spielen und da wurden schon zwei Karten in dem Fall gelegt. Und hier ein schönes Beispiel, der Schatz befindet sich also auf der größten Insel mit diesem Bereich, also dieser Landschaft. Und das ist der Moment, muss man ein bisschen zählen, 3, 6, 3, 6, 7, das ist im Moment dieser Bereich. Das heißt, jetzt können wir auf jeden Fall schon ein paar Marker legen, weil wir haben schon dank der Karte eine Eingrenzung hier, was den Schatz dann angeht. Der andere Schatz, der Graue, da heißt in dem Fall, der Schatz befindet sich nicht zwei Felder neben einer Palme. Naja, da müsste ich so viele Steinchen legen, also da müssen wir auf jeden Fall noch eingrenzen. So, das heißt, der Cheap befindet sich schon am Anfang auf einer beliebigen Position. Übrigens, die Statuen werden auch zufällig platziert, nur nicht am Meerfeld, weil die drehen sich nachher noch. Also, die müsst ihr schon ein bisschen mit Abstand platzieren. Und die Hütten, die Palmen, die legt ihr einfach an beliebige Positionen. Wenn ich am Zug bin, nehme an, der rote Spieler hier mit meinen Chips, dann in dem Fall ist dran, dann habe ich zwei Aktionsmöglichkeiten. Ich spiele eine meiner vier Karten aus oder ich fahre mit meinem Fahrzeug. Ja, mehr Möglichkeiten habe ich am Anfang nicht, weil die Amulette, die kommen noch gar nicht zum Einsatz. Wenn ich also eine Karte ausspiele, dann möchte ich vielleicht das ein bisschen eingrenzen. Schönes Beispiel. Das heißt, in dem Fall habe ich ja auch hier schon einen Marker drauf liegen und ich möchte es ein bisschen eingrenzen. Und dann spiele ich einfach diese Karte aus und diese Karte sagt aus, der Schatz, der kann nicht zwei Felder neben einer Hütte sein. Ich kann die jetzt überall ausspielen. Es muss allerdings den Schatz eingrenzen. Ja, hier und hier könnte ich ihn auf jeden Fall ausspielen. Hier müsste man dann schauen, passt das, könnte ich ausspielen. Aber hier möchte ich ihn ausspielen, weil ich möchte natürlich hier wieder eine Markierung hin platzieren. Das heißt, zwei Hütten. Das heißt, hier in dem Fall wäre das schon mal richtig gut, weil der Stein kommt raus. Hier liegt auch noch ein Stein und hier liegt ein Stein, weil er kann sich nicht zwei Felder neben einer Hütte befinden. Und so sind es nur noch vier in dem Fall. Und ich ziehe wieder eine Karte nach. Am Anfang des Spiels zu zweit habt ihr vier Karten. Da müsst ihr schauen, abhängig von der Spieleranzahl, wie viele Karten ihr bekommt. Das war mein Zug. Jetzt ist der blaue Spieler dran. Der blaue Spieler kann auch eine Karte ausspielen an irgendeinen Schatz. Der Schatz, also der Fundort, muss allerdings eingegrenzt werden. Das sind die einzige Schwierigkeiten im Spiel. Wahrscheinlich war es deswegen ab zehn Jahre damals ausgeschrieben. Aber der blaue Spieler sagt, ich möchte auch in der Nähe des Schatzes. Der wird ja bestimmt gleich gehoben und fährt mit seinem Jeep. Und Jeep sind praktisch drei, ja, Fahreinheiten, die man nutzt. Man kann also innerhalb vom Gebiet, das ist eine Einheit. Wenn man in ein anderes Gelände springt, dann ist das praktisch schon eine. Und dann kann ich hier weiterfahren. Dann fahre ich hier weiter. Zweite. Und ich springe jetzt in ein anderes Gelände. Ich nenne es einfach jetzt mal springen. Und das wären jetzt meine drei Fahreinheiten. Und das war mein Zug. Also ihr merkt, so funktioniert das Spiel. Aber was mit dem Schatzheben? Ja, irgendwann werden das natürlich immer weniger Steinchen. Jetzt machen wir einfach, nehmen wir einfach mal an, es wäre jetzt nur noch ein Steinchen da. Dann muss natürlich ein Spieler mit seinem Fahrzeug hinfahren zu dem Schatz und den dann heben. Das ist natürlich ganz wichtig, weil es gibt ja dann Schätze. Und Schätze, die liegen hier auf der Seite. Nicht hier, die gehört hier rüber. Die liegen hier auf der Seite. Die werden zufällig gemischt. Und darunter befinden sich auch zwei Flüche. Aber recht weit unten. Oder? Ja, mal schauen. Also auf jeden Fall, die obersten zwölf Karten, da befinden sich keine Flüche. Wenn man den Schatz dann hebt, dann legt man auf jeden Fall einen weiteren Marker dazu. Jetzt machen wir einfach einen Sprung. Ich hätte ihn jetzt. Und jetzt merkt man, es liegt hier ein blauer Marker und zwei rote Marker. Und jetzt können wir endlich den Schatz heben. Das heißt, der blaue Spieler bekommt eine Schatzkarte. Ich bekomme zwei, weil zwei Marker dabei liegen. Und eine neutrale Karte wird auf die Seite gelegt. Jeder schaut sich seine Karten an. Die werden dann einfach in die Mitte gelegt und zufällig gemischt. Und ein Spieler übernimmt die Rolle. Das kann auch ein Mitspieler sein, der betroffen ist und deckt dann eine Karte auf. Und zuerst wird der rote Spieler gefragt, weil der unten, der hat ja den Schatz gehoben, ob er den Schatz will. Und er weiß ja, dadurch, dass er sich die Schätze angeschaut hat, was für Goldmünzen drunter sind. Wert zwei bis sechs. Das weiß er. Vielleicht nimmt er das und dann bekommt er die Karte. Dann kommt natürlich der Marker auch wieder auf die Seite. Dann kommt wieder der rote Spieler dran. Ah, zwei Münzen. Er will ja nicht. Und dann wird der nächste Spieler gefragt. Der blaue sagt, nee, will ich auch nicht. Und dann kommt sie einfach raus aus dem Spiel. Dann kommt wieder eine Karte. Ah, okay, der rote Spieler nimmt sie. Und der letzte Spieler bekommt dann die vier Münzen. So funktioniert das Schatzheben. Und Schätze, klar, die bringen Punkte. Weil wer am Schluss die meisten Schätze hat, beziehungsweise Münzen, die muss man nämlich zusammenzählen, hat das Spiel gewonnen. Das Spiel endet nämlich, sobald der Schatzstapel völlig aufgebraucht ist. Aber was mit dem Schatz? Den haben wir jetzt entdeckt. Natürlich kommen in dem Fall die Marke wieder raus. Und der, wo er als letzter eine Schatzkarte genommen hat, der deckt hier eine weitere Karte dann auf. Und der weiße Schatz befindet sich jetzt wieder auf einem ganz neuen Bereich. Unter Umständen. Das heißt, er platziert es. Irgendwann kommt vielleicht ein Fluch. Es gibt zwei Fluchkarten. Was passiert dann? Wird eine Fluchkarte aufgedeckt? Ja, dann müssen die Spieler, die jetzt noch im Spiel sind, den Schatz abgeben. In dem Fall. Ja, den sie vor sich liegen haben, der am meisten Gold abgebildet ist. Unter Umständen ist es eine Karte mit sechs Münzen. Das ist einfach mal ein bisschen als kleiner Hinweis. Steht aber super in der Anleitung. Aber was mit den Amuletten? Ja, der Schatz ist gehoben worden. Der steht hier. Und ein Amulett wird jetzt übrigens immer in Sichtweite hier platziert. So, machen wir mal hier das in dem Fall. Das heißt, er wird hier hingelegt. Immer in Sichtweite. So, und jetzt drehen sich die Statuen um, jetzt muss ich schauen, da sind die zu weit drehen, um 60 Grad drehen sie. Und deswegen ist doch wichtig, dass ihr die Statue nicht an den Rand platziert. Was bringen mir überhaupt die Amulette? Ja, ich kann mit meinem Fahrzeug zu einem Amulett fahren und es aufheben. Ist eine Möglichkeit. Weil, wenn ich so ein Amulett dann habe, dann bin ich befreit von dem Fluch. Sofern ich das Amulett noch habe. Weil da muss ich keine Goldkarte abgeben, sondern nur ein Amulett. Ich kann allerdings auch noch einen weiteren Zug machen. Oder ich kann meine Karten alle abwerfen. Ist also auch eine Option. Oder, was auch super und gern gemacht wird, ich nehme einen Stein raus. Weil vielleicht liegen nur noch zwei Steine von einem Schatz auf dem Inselplan. Dann nehme ich einfach einen raus. Ihr merkt, ihr habt auf jeden Fall einige Optionen, was das Amulett angeht. Und jedes Mal, wenn ein Schatz gehoben wird, dann wird ein neues Amulett dann dazu gelegt. Ich glaube, die Ausführungen waren jetzt schon sehr ausführlich, was jetzt die Abläufe dann angeht. Aber ihr merkt, so funktioniert das Spiel natürlich. Und man will natürlich überall beteiligt sein. Man muss nicht den Schatz selber heben. Aber man möchte zumindest Hinweise gegeben haben mit diesen Plättchen, wo man platziert hat. Weil da wird man auf jeden Fall immer beteiligt, was die Schätze dann angeht, was die Schatzkarten angeht. Und so geht es immer weiter. Und wie gesagt, irgendwann ist der Stapel aufgebraucht. Und dann ist das Spiel zu Ende. Jeder nimmt seine Schatzkarten und zählt die Goldmünzen. Und der, wo das meiste Gold hat, jetzt nochmal wiederholend ausgedrückt, der hat das Spiel gewonnen. Das war Tobago. Ein sehr, sehr erfolgreiches Familienspiel. 2009 erschienen. Und es hat natürlich schon optisch einiges zu bieten. Es ist wirklich schön gemacht. Natürlich ist das Spiel ab zehn Jahre damals ausgeschrieben. Weil es hat schon ein paar Schwierigkeiten. Man muss schon ein bisschen überlegen, welche Schätze spiele ich aus. Um den Kreis, in dem Fall, wo der Schatz sich befindet, etwas einzuengen. Ihr müsst nämlich immer Karten ausspielen, sodass der Schatz natürlich irgendwann sich nur noch auf eine Position fokussiert. Und deswegen wahrscheinlich ab zehn Jahre ausgeschrieben. Und mit den Jahren hat man wohl gemerkt, das ist gar nicht so schwer. Das kriegen auch Jüngere hin. Und deswegen zum Beispiel bei der Erweiterung steht ab acht Jahre drauf. Die übrigens noch ein bisschen umfangreicher ist. Aber ich gehe davon aus, ab acht Jahre. Ich werde es auch wahrscheinlich so in der Playliste listen. Je nachdem auf zehn, beziehungsweise acht. Sodass ihr das Spiel, wenn ihr es mal danach sucht, auf jeden Fall findet. Es ist ein wunderschönes Familienspiel. Optisch sehr variabel und macht einfach Spaß in dem Fall. Ich wollte es einen schon viel früher vorstellen. Und habe gedacht, beim Elias, es steht ja ab zehn Jahre drauf. Aber ihr wisst ja, der Elias ist sehr fit. Und deswegen gibt es auch im zweiten Teil noch im Gameplay zumindest einige Ausschnitte. Sodass ihr seht, was man denn hier machen muss. Und wie das Ganze funktioniert. Ja, aus meiner Sicht ist es ein wirklich sehr schönes, sehr gutes Familienspiel. Und wenn sich das schon zehn Jahre hält, dann spricht es durchaus für ein Spiel. Fragt sich nur, warum die Erweiterung jetzt erst zehn Jahre später rausgekommen ist. Aber die stelle ich dann noch in einem separaten Video vor. Dann bekommt ihr auch noch weitere Informationen, was die Erweiterung dann angeht. Aber das soll es jetzt erst einmal zu dem Spiel gewesen sein. Aber preislich angeht, ist es wirklich gut. Wenn ihr es bestellen wollt, gerne über die unten genannten Links. Da zahlt ihr nicht mehr, aber ihr unterstützt uns. Und wenn ihr jetzt Fragen haben solltet, oder ich habe jetzt tatsächlich ihr einen Fehler gemacht, dann könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Auf die Karten bin ich jetzt gar nicht ins Detail eingegangen, was es hier für Abgrenzungen gibt. Die sind aber auf der Übersichtsseite wirklich sehr gut hinterlegt. Die haben wir am Anfang der ersten Partie, wo ich es mit Elias gespielt habe, einfach nebendran gelegt. Und dann könnt ihr einfach drauf losspielen. Weil letztendlich, wenn ihr eine Karte zieht, dann schaut ihr kurz auf die Übersicht danach. Also, insgesamt, wirklich ein schönes Familienspiel. Und ich glaube, der ein oder andere wird sich jetzt sicherlich auch überlegen, ob das, je nachdem, für eure Familienrunde oder für die Kenner und Vielspieler auch was ist. In dem Fall ist es ein Spiel, wo man immer wieder mal gerne spielt. Und das über Jahre hinweg. Ich glaube, das waren alle wichtigen Infos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr noch kein Abo habt, klickt gerne drauf. Über einen Daumen würden wir uns freuen. Und über einen kleinen Kommentar, ob euch das Spiel jetzt anspricht, natürlich auch. Jetzt sage ich aber danke, macht's gut und bis bald. Bis zum nächsten Mal.